Glück auf! Wir sind wieder beim Podcast. Die vierte Folge in Folge. Man merkt, es ist Sonntag. Wir sitzen wieder in Plässer in einem Garten. Es ist wunderschönes Wetter. Wir haben nicht gespielt dieses Wochenende. Wir konnten uns entspannt am Telefon, am Live-Ticker ansehen, wie die Ergebnisse verlaufen. Wir können schon so viel vorwegnehmen. Es war bis auf ein Ergebnis alles erwartbar. Die Favoriten haben sich so durchgesetzt. An der Stelle wollen wir gerne noch dem Trainer des TSV Massen gratulieren. Er ist jetzt offiziell Mitglied des Bundestages. Wir erwarten einen kleinen Einspieler von ihm. Die Eindrücke von Massen kriegen wir höchst selbst überspielt von Hannes. Er macht einen kleinen Trailer für uns fertig. So dass wir da direkt von ihm die Aufnahme kriegen, was da in Massen gelaufen ist. Wir machen uns bloß unseren eigenen Reim drauf. Und deshalb würde ich denken, wir fangen auch gleich mit dem Ergebnis an in Massen. Genau, da fangen wir direkt mit Massen an. Und Massen hat deutlich gegen Roland Schwarzheide gewonnen. Das Ergebnis ist 32 zu 18. 32 zu 18. Direkt noch was für das Torverhältnis getan. Ja, sagen wir mal so, im erwartbaren Rahmen. Roland Schwarzheide kann sicherlich damit auch leben, dass sie nicht mehr Kloppe gekriegt haben. Und hat zum Anfang ein bisschen mithalten können, wie sie es die letzten Spiele auch getan haben. Zum Beispiel gegen die Mörder. Aber letztendlich hat es sicherlich ihre handbarerischen Möglichkeiten überstiegen. Und der Favorit wird sich standesgemäß durchgesetzt haben. Denn die Feinheiten würde sicherlich Hannes dann zuarbeiten. Sodass wir an der Stelle eigentlich auch schon sagen, Punkt, kommen wir eigentlich eher zu dem überraschenden Ergebnis, was eigentlich das Highlight des Spieltages war. Warte, warte, lass uns nochmal kurz. Ich sehe gerade, ich habe mal den Bericht aufgemacht. Und auch jemand, der schon mal Gast war bei uns, der ist mit bester Schütze gewesen. Also fünf Tore in Massen gemacht. Per. Grüße an Per an der Stelle. Vielleicht kann der ja auch was dazu sagen. Wenn Hannes an der Hand hat, kann er gerne damit seinen Senf dazugeben. Also wenn ich das so sehe, das ist das Wurfbild. Es gibt drei Spieler mit fünf Toren. Einen mit sechs Toren bei Massen. Einer vier. Also breit verteilt. Das ist ja eben Massenstärke, muss man sagen, die mannschaftliche Geschlossenheit. Da gibt es nicht einen, den du sozusagen aus dem Spiel nehmen musst, um das Spiel kaputt zu machen. Das ist auch hier große Stärke. Also da bist du nicht davor gefeilt, wenn du sagst, ich nehme einen raus, dann funktioniert das nicht mehr. Also die machen ihr Ding dann trotzdem. Das funktioniert nur in der Kleingruppe. Gut. Und dann sehe ich hier noch, Hannes Walter hat eine gelbe Karte bekommen. In 33 Minuten. Vielleicht sagt er auch was dazu. Was denn los gewesen? So schlimm kann es doch gar nicht gewesen sein. Bei dem Spielstand. Aber sei es drum. Du musst jetzt die ganze Zeit immer Fassung bewahren. Also Haltung bewahren. Jetzt steht er mehr am Mittelpunkt. Jetzt kann er mal beim Handball... Oder vielleicht ist es ein Ausgleich. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können beim Handball mal ein bisschen Dampf ablassen, was er sonst nicht kann. So, dann muss man noch sagen, Roland Sparteide. Es gibt einen Spieler mit fünf Toren. Der Rest ist relativ gleichmäßig verteilt. Zwei, drei, ein Tor. Ja, also auch breites Wurfbild von Spielern. Ja, bei Roland Sparteide würde ich mir jetzt auch nicht... Hätte ich jetzt auch nicht in Erinnerung, dass da jemand so überragend ist, dass daran die ganze Mannschaftsleistung festzumachen ist. Es spielen halt ihre drei Spielzüge, die sie haben. Oder zwei, glaube ich bloß. Und ansonsten musst du immer aufs Improvisieren achten. Das ist halt auch nicht ausrechenbar. Deshalb, ja, wenn du gegen sie gewinnen willst, musst du schon konzentriert sein. Aber sie sind halt vorn limitiert, muss man leider so sagen. Gut. Ich würde sagen, an der Stelle kommt dann Hannes, der Einspieler aus Massen. Genau. Also freut euch auf den. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, die Frage, ob meine Wahl in den Bundestag, meine Trainertätigkeit beeinflusst, ist natürlich gut. Für mich plane ich, dass ich weiter Trainer mache und auch am Wochenende bei den Spielen dabei bin. Wir sind ja nur neun Mannschaften, glaube ich, jetzt in der Liga. Das sind dann nicht allzu viele Wochenenden. Von daher bin ich ganz optimistisch, dass das klappt. Zumindest hat es am letzten Wochenende ganz gut geklappt. Gespielt am Wochenende haben wir gegen Roland Schwarzheide. Da wollen wir ja in der letzten Woche schon mal gucken. Deswegen wussten wir schon so ein kleines bisschen, was uns erwartet. Der Start ist auch ganz gut geglückt. Wir könnten zeitig auch mit ein paar Toren uns absetzen. Ende der ersten Halbzeit standen wir dann zwischenzeitlich zu viert auf dem Feld. Das war auch alles berechtigt. Da konnte Schwarzheide ein bisschen aufholen. In der zweiten Halbzeit war der Start eher suboptimal. Die zwölf Minuten nach dem Wechsel waren sehr träge und sehr schleppend. Deshalb musste ich dann auch relativ zeitnah eine Auszeit nehmen und nochmal Bescheid sagen, dass die zweite Halbzeit losgegangen ist und wir ein bisschen schneller spielen wollen. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Und am Ende haben wir dann mit 32 zu 18 gewonnen. Und mit dem Ergebnis bin ich im Prinzip ganz zufrieden. Wir hatten ja vier Wochen jetzt gar kein Handballspiel. Von daher war es eine ganz gute Einstimmung. Nächste Woche kommt Dame. Das wird dann wahrscheinlich der richtige Gradmesser. Und darauf müssen wir uns nochmal richtig gut vorbereiten. Und wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Das wäre dann, kommen wir zum Überrascher? Ja, genau. Also BSV Grün-Weiß-Finsterwalde 2 gegen Eintracht-Ortrand. SV Eintracht-Ortrand. Die haben nämlich unentschieden gespielt in Finsterwalde. 28-28. Und ganz wichtig, auf Social Media, es kam ja jetzt nur die Mitteilung, Punkt geholt in Finsterwalde. Und Ortrand hat irgendwie Punkt gestohlen kommentiert. In der letzten Sekunde geraubt oder so ähnlich. Ja, in der letzten Sekunde geraubt. Irgendwie so haben sie das formuliert. Und Finsterwalde hat einen wütenden Smiley hinter. Wir haben Punkt gegen Ortrand geholt. Da könnte man ja mal auf einen Kommentar warten, dass mal irgendjemand ein bisschen mehr zum Besten gibt. Hoffentlich schreibt jemand einen Spielbericht. Ja, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Also jedenfalls in der Mangelung dessen können wir jetzt nur Mutmaßen im Nebel tasten und das Ergebnis so werten, wie es jetzt dasteht. Und das ist für unsere Augen überraschend, muss man sagen. Weil wir hatten nach dem Bild, wir konnten uns ja von Finsterwalde ein Bild machen. Man hat ja oft gehorcht, dass Ortrand zu Hause einen Punkt gegen Massen behalten hat. Sodass man da eigentlich eher so gedacht hat, huh, was ist denn da jetzt los? Aufstrebender neuer Stern am Landesliga-Rand. Am südlichen Brandenburger Rand. Aber es scheint sich alles so ein bisschen einzunormen. Die Jungs aus Finsterwalde scheinen in heimischen Gefühlen und mit Wachs dann wahrscheinlich sicherer zu Werke zu gehen und überzeugender zu Werke zu gehen, sodass man von ihrer Seite sicherlich von einem Punkt Gewinn sprechen muss, wo dann der wütende Smiley herkommt. Das wird sich noch hoffentlich erklären. Und auf der anderen Seite sagt man, bei Ortrand ist halt doch nichts anderes wie in den letzten Jahren. Zu Hause sind sie halt eine Macht. Und auswärts passen sie sich den Verhältnissen an, sozusagen. Und ich denke, dass es darauf hinausläuft. Es ist jetzt auch nicht abwertend gemeint, aber es ist halt so ein Erklärungsversuch, sage ich mal. Ich habe ja die Theorie, dass die Wüte, also es scheint ja, dass laut Social Media beide Mannschaften unzufrieden sind mit der Punktenteilung. Ich habe ja die Theorie, die wahrscheinlich zu 60 Prozent stimmen wird, dass beide Mannschaften mit Schiedsrichterentscheidung gegen Ende unzufrieden sein werden. Aber dass es immer die Schiedsrichter sind. Komisch, oder? Ja, du musst es vorher erklären. Dann scheint ja vorher irgendwas nicht gelaufen zu sein. Man kann es ja nicht am letzten Tor festmachen. Das ist immer ärgerlich, aber das ist das Beispiel natürlich jetzt Bad Limerda zu Hause gegen Ahrensdorf-Schenkenhorst. Das Wasserbietertor mit einem 7 Meter, naja, klar nimmst du das Ding mit und freust dich und jubelst. Aber auf der anderen Seite, wenn du es vorher nicht geregelt kriegst und der 7 Meter geht an der Seite vorbei, was ist denn dann? Also da muss man auch als Spieler dann mal so einsichtig sein, dass man sagt, es lag nicht nur am Schiedsrichter. Das kann sicherlich eine unglückliche Entscheidung in dem Augenblick gewesen sein, beziehungsweise über das Spiel verteilt auch manchmal. Aber wenn ich es vorher nicht geregelt kriege, dann ist es so etwas, was in meinem Leistungsbereich liegt oder was ich auch beeinflussen kann. Ja, wir sind gespannt, ob ein Spielbericht erscheint oder es einfach in der Versenkung verschwindet. Also es gibt sicherlich einen Spielbericht, bin ich mir ziemlich sicher. Gut, dann kommen wir zum dritten Spiel. Das war HC Bad Limerda 2 gegen Herzberg. Das Abendprogramm im Bad Limerda Handballtempel, genau. Die Großen haben gespielt und haben sich genüsslich zurückgelehnt und sich in der Sonne braten lassen sozusagen, in der Sonne des Erfolgs. Ja, auch erwartbares Ergebnis. Herzberg konnte lange Anschluss halten, also zumindest in der Halbzeit. Also das Ergebnis ist 35-26, standesgemäß finde ich. Letztendlich ein guter. Weil wir haben Bad Limerda als Favoriten der Liga eingruppiert vor der Saison und da machen sie, ja, den Titel, die Bürde nehmen sie an und ziehen durch. Genau. Was man eben sagen muss, dass Herzberg gleich gehandicapt war, weil sie gar keinen Rückraum hatten, also außer Herr Schiffner. Ohne Herr Thiel sind natürlich die Mittel aus dem Rückraum eher begrenzt. Und wenn du dann einen gut aufgelegenen Herrn Brochwitz siehst, der 13 Tore macht, das kannst du dann an der Stelle nicht kompensieren. Und ich glaube, darauf fließt hinaus. Weshalb Herr Brochwitz dann 13 Tore machen konnte, das muss der Trainer von Herzberg, der Alexander, mir mal beantworten. Aber ich denke, da hätte man eher reagieren müssen, können, keine Ahnung. Aber gut, bei Limerda ist er das Gleiche wie gegen Massen, die Breite macht und wenn er Brochwitz die Tore nicht macht und du fixierst dich auf ihn, dann machen es halt andere. Das muss man ja auch so sehen. Und wenn ich Olli Böhme wieder als Turmann sehe, das ist natürlich schon eine Hausmarke in der Liga. Da hast du schon einen Turmann, der ein größeres Format hat. Und da fällt das Tore werfen, insbesondere aus der Zwienreihe, halt nicht so einfach. Und dem musst du dann Tribut zollen. Wenn du da nicht halt auf mehrere Optionen setzen kannst, sondern halt immer auf eine Sache angewiesen bist, beziehungsweise durchspielen musst, dann wird es schwer auf die Dauer. Und mit zunehmender Spieltauer werden dann die Fehler auch häufen sich dann und dann läuft Limerda es richtig warm. Und ich sehe gerade, Herzberg hatte neun Spieler nur zur Verfügung und hat auch mehr als die Hälfte ihrer sieben Meter vergeben. Von fünf sieben Meter Versuchen zwei Tore. Wie gesagt, im Gegensatz dazu hat Limerda eben die Bank voll gehabt und da macht es die Breite halt. Und dann gehen sie auf Geschwindigkeit und laufen dich in Grund und Boden. Genau. Wenn du die Bälle dann vorne wegschmeißen, ob du willst oder nicht, das kann erzwungen oder nicht erzwungen sein, aber da machst du dich dann angreifbar und da laufen sie dich dann wirklich in Grund und Boden. Ja, dann gehen wir doch. Du hast es schon angeschnitten, Bartolien Werder Erste hat vor diesem Spiel gespielt. Genau. Die haben mit einem Tor gewonnen, habe ich jetzt auch ein Video gesehen bei Instagram, dass die sich gefreut haben wie Bolle. Wie Bolle, weil gegen, doch. Die sind höher platziert. Also Ahrensdorf-Schenkenhaus ist von der Tabellenkonstellation höher einzuschätzen. Die haben ganz gut angefangen jetzt. Also zähle ich mit zum erweiterten Favoritenkreis in der Liga. Und gegen die zu Hause zwei Punkte zu holen, das ist wirklich, also für Lieben Merder auf jeden Fall ein Statement erstmal, auch in der Liga. Und B, wieder einen Schritt zum Klassenerhalt. Auf jeden Fall. Also da sind sie Finsterwalde nun wirklich ein Stück voraus. Finsterwalde musste ja gegen LHC gestern wieder abgeben. Da hat es ja nicht gereicht und das war auch verhältlich deutlich. Und die werden dann sicherlich mehr zu knabbern haben als Lieben Merder. Ich suche nochmal kurz das Ergebnis von Finsterwalde raus. Ja. Gegen LHC Zweite. Richtig. Das ist 27.33 haben sie verloren, zu Hause. Also es fing ganz gut an, war aber zur Halbzeit glaube ich schon hin, 11.14 oder sowas. Und haben es dann halt nicht mehr geboren gekriegt. Also da scheint jetzt wirklich so, die scheinen an dem Punkt anzukommen, wo der Überraschungseffekt nicht mehr zieht sozusagen. Und die Euphorie langsam gedämpft wird. Das wird schwer für Finsterwalde. Also ich muss jetzt gerade mal sagen, ich glaube wir hatten jetzt letzte Woche gesagt, dass gefühlt sind sie relativ beide Mannschaften erfolgreich in diese Saison gestartet. Bin zur Weile hoch, ja. Und jetzt, wenn ich auf die Tabelle gucke, die aktuelle, Badlin Werder ist auf dem dritten in der Brandenburg-Liga mit vier Siegen in fünf Spielen. Sollte man auch nicht überbewerten. Ja, aber schon mal acht Punkte haben. Das bringt dich erstmal weit weg vom Ende der Tabelle. Wie gesagt, und auch die Heimspiele, das war eigentlich immer so, das was man immer so sagen muss, sie müssen ihre Heimspiele gewinnen, weil da laufen sie zu Hochform auf. Das Publikum dahinter, das treibt die auch. Die sind so eine Mannschaft, die davon lebt, von den Emotionen zu Hause. Und wenn sie das zu Hause nicht reißen, Aussatz holen sie es nicht. Und das ist ganz wichtig für die. Ja, und Finsterwalde hat genauso fünf Spiele und erst einen Sieg geholt. Gut. Also gefühlt hätte ich die jetzt nebeneinander in der Tabelle sortiert, aber zwischen dritten und neunten Platz sind halt doch schon ein paar Plätze. Nach den ersten zwei Spielen war es auch so gewesen. Also da standen sie auch nebeneinander und das war nicht so. Und Finsterwalde hätte ja auch in Bad Limera, hat man mir von Limera-Seite auch bestätigt, die haben einen guten Handball gespielt, haben sie gesagt, und die hätten auch einen Punkt sehr wohl verdient gehabt, also vom reinen Spielerischen. Dass Limera die zwei Punkte gezogen hat, ist halt Handball, sagen wir mal so. Und Limera wird sie nicht freiwillig hergeben. Insoweit kann sich Finsterwalde zwar damit nicht kaufen, aber vom Leistungsvermögen scheinen sie so ähnlich zu sein. Nur, dass Limera scheinbar mehr das Händchen hat, am Ende in der Kransteilung halt noch da zu sein, beziehungsweise cooler zu bleiben. Vielleicht fehlt es daran in Finsterwalde. Aber so eine klare Ergebnisse wie sechs Tore zum Beispiel, das sind halt Sachen, die liegen nicht in der Kransteilung. Das ist eine Problematik einfach von der Qualität, vom Kader, denke ich. Und daraus lässt sich auch dann schließen, dass es am Ende der Saison schwer haben werden. Also es wird knapp, für Finsterwalde bin ich mehr. Weil das kann jetzt so eine Eigendynamik kriegen, wo du sagst, eh, das nächste Mal zwei Punkte ziehst, dann quälst du dich sozusagen lang hin, was Limera nicht hat. Die schwimmen jetzt auf Folge sieben, es läuft so ziemlich. Erfolgswelle. Ja. Und dann werden auch Sachen mal gewonnen, die du sonst vielleicht nicht gewinnst. Das denke ich schon. Gut. Dann wünschen wir dem, ja, BSV, Finsterwalde, dass sie die kleinen Einstellrädchen finden, die nötig sind, um Punkte zu sammeln. Dass sie die Kurve kriegen, genau. Dass sie in der Brandenburg-Liga bleiben. Ja, da wünsche ich bei uns andere Absteiger. Und, ja, dann wird man die Brandenburg-Liga damit zuklappen. Und ich hätte jetzt nur noch ein Mannschaftskamerad, ein neuer. Hat mir gesagt, er hört nur einen Podcast und das ist unserer. Schöne Grüße an Cedric. Wenn du, wenn, ich freue mich sehr über solche Aussagen. Und falls ihr Tipps oder Verbesserungen habt, einfach her damit. Genau, du hattest erzählt, wir hatten einen Dislike. Ja, wir hatten einen Dislike auf YouTube, aber ist okay. Der kann sich auch gerne outen, der kann ja auch sagen. Gerne mit Kommentar dann, was scheiße war. Genau. Aber wir nehmen das nicht zu ernst. Ach wo. Das soll ein Spaß sein und soll ein bisschen, wie gesagt, zur Verbreiterung des Mediums Handball dienen. Ansonsten sollte sich da keiner auf dem Schlipsgetreten fühlen. Und wie gesagt, das sind unsere persönlichen Ansichten. Und wenn da einer andere Ansicht ist, ja, dann ist es halt so. Also, ich meine, wir sehen das jetzt so sportlich, um beim Thema zu bleiben. Und wie ihr heute gemerkt habt, wir haben euch heute mit Glück aufbegrüßt. Wir versuchen uns etwas mehr der heimischen Tradition des Bergbaus hier zu orientieren. Da fühlen wir uns verbunden. Haben wir mannschaftsintern. Na, und nicht bloß damit, sondern wir dokumentieren es ja auch mit unserem Druck auf den T-Shirts. Wir Verblässer. Ja, wir wollen schon unsere Verbundenheit zu unserem Ort dokumentieren und da sozusagen auch dafür werben, dass man seiner Heimat dann doch ein bisschen nahe ist und auch für die Werbung machen sollte. Weil es ist eine schöne Gegend. Es sind nicht immer alle Gegebenheiten wie in der Großstadt zum Beispiel. Wir haben Kultur und so, ist ja ein bisschen weniger. Aber nichtsdestotrotz ist es lebenswert. Genau. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Kommt mal zum Handball gucken. Richtig. Auch wenn das Wetter jetzt so schön ist, dass man nicht zum Handball gucken kann. Genießt die letzten schönen Sonnenstrahlen. Und wir haben erst unseren nächsten aktiven Einsatz am 23. Oktober in Ortrand. Fernzeit ist dazwischen, genau. Und nach diesem Wochenende erhoffen wir uns Punkte dort. Punkt. Auf jeden Fall sollte man es angehen. Es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Und wenn wir vielleicht mal mit voller Kapelle hinfahren, vielleicht geht da tatsächlich was. Gut. Dann wie gesagt, Basti hat eigentlich alles schon mit auf den Weg gegeben, was auf den Weg zu geben ist. Das Wetter lädt wirklich dazu ein, nicht in eine Halle zu gehen, sondern draußen zu sein. Also macht da das Beste draus und schönes Wochenende noch. Ciao, ciao. Tschüss.